Es wäre doch merkwürdig, wenn wir dem Glaubwürdigen glauben müssten, der sagt, ich kann mich nicht irren, oder dem, der sagt, ich irre mich nicht. Es geht um exotische Bewegungen, welche in den Alltag vordringen. Geil! Oh mein Gott, das kann alles sehen. Das ist schön krass, was? Er scheint das Schlimmste überstanden zu haben. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017